Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie nun eine Illustration dieser Unity-Szene. Tada! Wie Sie sehen können, ist diese Szene sogar funktionstüchtig. Sie sehen an verschiedenen Orten Animationen, die durch den Wind bedingt getriggert werden. Des Weiteren sehen wir hier einen nebelartigen Lichteinfluss, der durch das Sonnenlicht verursacht wird. Und außerdem einen kleinen Tümpel in der Mitte, der die Umgebung reflektiert. Die Bäume des Weiteren sind alles andere als Laupoli, verwenden allerdings nicht die genialsten Texturen. Dafür sind sie aber dazu fähig, vom Wind beeinflusst zu werden. Angewendet werden hier verschiedene Effekte, um Farbanpassungen durchzuführen, Anti-Aleasing durchzuführen und verschiedenste Scheißsachen zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.